Weil ja viele wissen, sagen, ich weiß gar nicht, wie mache ich denn das mit der neuen Herzenergie? Die reden immer davon, ich soll präsent sein, in meine Kraft gehen. Wie bitte geht das? Nun, einmal könnt ihr die Schwingungsmedizin des neuen Jahrtausends anwenden, nämlich die Quantenheilung und die russischen Heiltechniken, die eben auch ein Bestandteil meiner Seminare sind, aber vor allem, es ist euer Bewusstsein. Ja, sobald ihr euch anfangt hier, das könnt ihr mit Kinesiologie machen, mit Farben. Gut ist es halt, ihr habt einen Pendel vielleicht oder einen kinesiologischen Test, damit ihr gucken könnt, hey, wie geht es meinen Kristall? Ja, und dann vorher, nachher gucken. Aber die sind genauso leicht zu orten wie die Chakra. Im Gegenteil, noch leichter, denn die sind sehr kraftvoll in der Lichtschwingung. Denn diese gehen jetzt im neuen Zeitalter mit diesen hereinströmenden kristallinen Energien in Resonanz. Und damit, das ist eigentlich so der Aufstiegsturbo. Ja, und was sehr schön ist, es füttert unseren Verstand, denn wir können uns mit den Kristallen identifizieren. Wir können sagen, ah, wie geht es mit meinen Kristallen? Oh, die schlafen noch. Naja, da brauchen wir noch ein bisschen Tempo. Aber auch da geht es nur ums Bewusstsein. Sobald ihr die kennt, könnt ihr euch darauf konzentrieren und damit fangen sie an, bereits sich zu aktivieren. Und wie sehen die aus? Also sie drehen sich nicht, sie haben auch keine Farben, sie schauen aus wie Bergkristall. Es ist eine ganz feine Geschichte. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Kristall, nämlich der einen Meter unter euren Füßen. Jeder von euch hat ihn und er läuft immer mit euch mit. Das ist wie so vom Segelschiff unten hier der Kiel. Ja, also ihr habt den, der läuft immer mit. Und von dem aus geht ein Lichtkanal zum Mittelpunkt Erdherzzentrum. Und darüber könnt ihr euch erden. Und das ist sehr, sehr gut, weil viele sind nicht geerdet, weil sie sagen, ich spüre mich nicht wirklich im Körper, wie kann ich mich erden? Und über die Achse, da könnt ihr euch dann erden. Ja, und das könnt ihr dann wirklich bewusst machen, indem ihr einfach nur hier Kontakt aufnehmt, durchzieht und richtig mit Kraft und rein. Ah. Also hier. Und das Schöne ist, ihr braucht nicht wirklich jemanden, der euch deaktiviert. Wir werden ja nachher das gemeinsam gleich noch machen. Also ihr seht, was da wunderbares, Neues hier für uns parat ist. Die Geschichte dieses Lichtkristallkörpers, wie gesagt, 97 haben wir das erste Mal davon was mitbekommen. 2002 auf 2003 ist die Energie quasi, wie wir sagen, gekippt oder geupgradet in diese sogenannte neue Energie. Vorher war es so, dass wir sehr stark verbunden waren mit unseren karmischen Dingen und eben auch uns vom Körperbewusstsein zurückgezogen haben. Heute ist es so, dass wir unser göttliches Potenzial aktiv, bewusst Licht in diesem Körper aktivieren können. Und das war schon quasi die Vorbereitung zu dem, was jetzt kommt. Denn ab 2013 haben wir wirklich völlig neue kristalline Lichtqualitäten und diese Zentren in eurem Körper, die gehen dann damit in Resonanz. Und damit haben wir eine unglaubliche Möglichkeit, hier wirklich mit unserem Körper, mit dem physischen Körper, viel leichter in diese neuen Zustände reinzukommen. Und das ist ein Geschenk. Ja, man nennt es, wo auch immer die, wo kommen die her? Ein Geschenk unserer geistigen Führer, eben unserer Engel, Erzengel, unserer aufgestiegenen Meister. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wie macht man das jetzt, damit die endlich sich erinnern, wer sie sind? Oder wie geht es ihnen denn dann leichter, sich da einzustimmen? Wie gesagt, die Chakren sind nach wie vor da, aber sie verändern sich. Und es tut gut, sich jetzt damit zu beschäftigen mit diesen neuen Zentren. Auch für Therapeuten ist es eine schöne Sache, die werden die sofort finden. Ja, das ist also nichts, was ich ganz persönlich hier autark habe, sondern das ist genau so was, was halt jetzt früher die Chakren waren, die vor 500 Jahren vielleicht aus dem Indischen bekannt wurden. Haben wir jetzt den Wechsel der Menschheit in diese fantastische, neue, ja, kristalline Zeit. So, jetzt fangen wir schon an mit der Meditation. Aktivierung.